Kurz informiert bei heise online mit der synthetischen Stimme von Isabel Grünewald. Auf der 95. Justizministerkonferenz wurden Beschlüsse zur Arbeit der Justiz im Umgang mit der digitalen Welt gefasst. Ein wichtiger Punkt war der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Justiz. Die Justizminister sehen KI als wichtigen Baustein, um die Justiz zukunftsfest auszugestalten. Außerdem wurden Maßnahmen gegen Hasskriminalität und digitale Hetzjagden diskutiert. Der Bundesjustizminister soll prüfen, ob Beleidigungen mit rassistischem, antisemitischem oder sonstigem menschenverachtenden Inhalt auch ohne Strafantrag des Opfers verfolgbar sein sollten. Mehr als 18.000 Menschen haben sich einer Sammelklage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen Amazon angeschlossen. Die Klage richtet sich gegen die Einführung von Werbung in Prime Video, die als versteckte Preiserhöhung gewertet wird. Die Verbraucherzentrale Sachsen sieht einen Anspruch auf eine Rückerstattung von 3 Euro pro Monat für jeden Nutzer. Noch einmal Amazon. Rund 35.000 britische Einzelhändler haben eine Sammelklage gegen den Online-Versandhändler eingereicht. Sie werfen Amazon vor, nicht öffentliche Daten von Einzelhändlern auf seiner Plattform zu nutzen, um selbst günstigere Konkurrenzprodukte zu verkaufen. Amazon weist die Vorwürfe zurück und betont, dass das Unternehmen nur erfolgreich sein könne, wenn auch die Geschäfte, mit denen es zusammenarbeitet, erfolgreich seien. Microsoft lenkt nach wochenlanger Kritik ein und macht die umstrittene Funktion Recall für Windows 11 zu einem optionalen Feature. Die automatische Speicherung von Screenshots samt Auswertung per KI soll nun nur noch mit einer Anwesenheitsbestätigung per Windows Hello möglich sein. Zudem verspricht Microsoft auf die Funktion und deren Eigenheiten bei der Ersteinrichtung von Windows hinzuweisen. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de Top Untertitelung des ZDF, 2020